Wupsi! Da bin ich ja fast gestolpert. Das wäre ja furchtbar. Dann wäre eine grandiose YouTuberin verloren gegangen. What's poppin'? Boys and Girls! Ich möchte heute mit euch über das Thema Beziehung sprechen, weil seit ich Kevin auf meinem Kanal zwischendurch eingebaut habe, auch besonders nach dem Video vom One Night Stand zur großen Liebe, was ja extrem viele Klicks gekriegt hat und sehr viele Leute sehr cool fanden, habe ich sehr, sehr, sehr viele Fragen zu meiner Beziehung bekommen. Ihr fragt mich immer nach meinen Key Secrets. Jaco, warum ist eure Beziehung so harmonisch? Okay, wie erkläre ich das jetzt? Mir war vorher nicht bewusst, dass ich der Grund dafür bin, dass meine Beziehung so gut läuft. Also wenn man sich jetzt so eine Torte vorstellt, dann ist das unsere Beziehungstorte. Da bin ein Drittel ich. Und das ist der Anteil der Arbeit, die ich in die Beziehung stecke, die eigentlich die Beziehung am Laufen hält. Ja, das liegt auch ein bisschen daran, dass ich mein ganzes Leben lang Ratgeber gelesen habe. Warum die schrecklichsten Frauen die nettesten Männer haben und behalten und so weiter. Und deswegen werde ich heute meine Tipps an euch weitergeben. Ein paar Freunde von mir haben einen Kanal auf Telegram gegründet und dort posten sie Technik-Schnäppchen. Dort habe ich meine neue beste Freundin Alexa erstanden. Alexa, hast du einen Freund? Die einzige Verbindung, die ich habe, ist die mit meiner Steckdose. Sie ist meine neue beste Freundin. Aber Telegram und Alexa und so weiter werde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Finger weg von meinem Joghurt. Aber da steht mein Name drauf. Ist da jetzt echt dein Name drauf geschrieben? Das ist schwer. Das ist schwer. Das ist schwer. Ich glaube, ich bin gelesen. Ich glaube, das Haustelefon hat gekriegelt. Das ist bestimmt was Wichtiges. Jago, wir haben kein Haustelefon. Was machst du da? Ich mache dir ein Bett. Wir kaufen nicht. Alexa, Licht aus. Hey. Gute Nacht. Süße Träume. Danke. Danke. Alexa, Xbox aus. Kamera? Alexa, spielt sexy Musik. Hier ist eine Playlist für sexy Musik. Spiel Michael Jackson. Michael Jackson. Spiel Michael Jackson. Oh my God. ivi. If you want my future. Forgid my care. So, kommen wir nun aber zurück zu Telegram und dem angeteaserten Kanal, von dem ich eben angefangen habe. Ein paar Freunde von mir haben einen Telegram-Kanal eröffnet. Für die Leute, die keine Ahnung haben, was das ist, erkläre ich das kurz. Für alle anderen, falls ihr das vielleicht schon benutzt oder ihr guckt viel Nachrichten oder ihr seid beim IS, dann kennt ihr Telegram wahrscheinlich. Auf jeden Fall ist Telegram eine App, die ist genauso wie WhatsApp, die sieht auch genauso aus und ist halt sehr bekannt dafür, dass halt niemand mitlesen kann. So, und Freunde von mir haben dort einen Technik-Kanal eröffnet. Das ist wie so eine Art Gruppe, nur dass halt nur eine Seite schreibt. Immer wenn die irgendwas im Internet finden, was zum Beispiel super günstig ist, wo ein super Rabatt drauf ist, es ist auf jeden Fall viel Technik, aber jetzt auch andere Sachen da drin, dann posten die das halt da rein. Und ja, wer will, kann das dann halt kaufen. Und darüber habe ich zum Beispiel Alexa und die passende Glühbirne dazu gekauft. Falls ihr euch das mal angucken wollt, ich setze euch, ich zeige euch hier den Link und ich setze ihn euch unten in die Infobox. Und wenn ihr auf den Link klickt und ihr habt Telegram schon, dann kommt ihr direkt in die Gruppe und könnt ihr folgen. Falls ihr Telegram noch nicht habt, dann könnt ihr darüber direkt in den App Store oder Play Store oder whatever und die App darunter laden, falls ihr sie haben möchtet. Genau, ich würde mich auf jeden Fall freuen, weil, ja, die Jungs sind sehr ambitioniert und ich würde mich sehr freuen, wenn sie da ein bisschen mehr Reichweite bekommen, weil sie da sehr, sehr viel Input geben. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Und falls ihr Beziehungstipps habt, die ich hier nicht genannt habe, dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Ich höre jetzt auch zu labern. Ihr seid süß, ihr seid klein. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Ich verlinke an dieser Stelle noch andere Videos von mir und Kevin und sage goodbye my lovers, goodbye my friends. Möchtest du auch tschüss sagen? Tschüss!